Ja, ja, die Frage nach den Stärken und Schwächen. Wer kennt und fürchtet sie nicht? In diesem Video zeige ich dir, warum es bei der Antwort gar nicht so sehr auf den Inhalt, dafür aber vielmehr auf die Formulierung ankommt. Und damit du in Zukunft auf ganzer Linie überzeugst, gibt es von mir auch noch sechs geniale Beispielformulierungen für Antworten auf die Frage der Stärken und Schwächen. Nun aber viel Spaß beim Video. Hey, schön, dass du eingeschalten hast. Ich bin's Tobias, dein persönlicher Karriereguru. Zunächst mal möchte ich mit dem Mythos aufräumen, dass es auf die Frage nach den Stärken und Schwächen eine richtige oder falsche Antwort gibt. Das tut es nämlich nicht. Es ist vielmehr wie in Jura bei der Arbeit mit Gesetzbüchern. Eben Auslegungssache und wie hübsch du die Argumente verpackst. Kommen wir zunächst zur Frage nach den Stärken. Jeder hat seine Stärken. Auch wenn sie dir möglicherweise aktuell nicht auf der Hand liegen, frage am besten mal deine Freunde und Familie und sie können dir sicherlich sagen, worin du gut bist. Im Vorstellungsgespräch möchte der Personaler allerdings nicht hören, dass du gut im Kochen bist oder besonders schnell laufen kannst. Das hat im Zweifel nichts mit der Stelle zu tun. Genauso wenig möchte er hören, dass du ehrlich und zuverlässig bist. Denn das wird vorausgesetzt. Es geht vielmehr darum, positive Eigenschaften zu formulieren, die auf die ausgeschriebene Stelle passen und die dir in der Vergangenheit in Situationen bereits geholfen haben. Die Antwort auf die Frage nach den Stärken sollte wie folgt aufgebaut sein. Zunächst mal nennst du natürlich die Eigenschaft, worin du gut bist. Dann bringst du ein Beispiel aus einer vergangenen Situation, wo dir die Stärke geholfen hat. Und dann bringst du alles in Beziehung mit der ausgeschriebenen Stelle und wie die Firma davon in Zukunft profitieren wird. Nun aber drei konkrete Formulierungen, wie sich das in der Praxis anhören könnte. Formulierung Nummer 1. Ich bin gut im unternehmerischen Denken. Bei einem unserer Schulprojekte hatten wir ein bestimmtes Budget, für das wir einen Film produzieren sollten. Mir und meinem Team gelang es, weit unter dem Budget zu bleiben und trotzdem den ersten Platz zu belegen. Ich bin mir sicher, dass diese Eigenschaft für Sie als Unternehmen in Zukunft bei der Organisation von kosteneffizienten Veranstaltungen total wertvoll sein wird. Formulierung 2. Ich lerne unheimlich schnell dazu. Wir hatten erst letztens bei uns im Verein einen Krankheitsfall und ich habe mich dann dafür entschieden, die Rolle des Verantwortlichen mit zu übernehmen und konnte ohne weiteres den Geschäftsbetrieb am Laufen halten. Ich bin mir sicher, dass ich bei Ihnen im Unternehmen ab Tag 1 der Anstellungen absolut produktiv sein werde. Und auch bei zukünftigen Veränderungen werde ich überhaupt keine Probleme haben. Und Formulierung 3. Ich übertreffe Ziele. Um die Weihnachtsfeier bei uns im Verein letztes Jahr zu organisieren, waren wir natürlich auf Spendengelder von Vereinsmitgliedern angewiesen. Mir gelang es, in 2 Wochen statt in den vorgegebenen 4 Wochen bereits das Budget eingesammelt zu haben. Gerade in Hochzeiten, die Ihr Unternehmen sicherlich auch immer wieder haben wird, können Sie sich auf mich verlassen. Ich werde definitiv immer eine kreative Lösung finden. Also, klingt doch gar nicht so schwer, oder? Nun aber zu den Schwächen. Und spätestens hier treibt es den meisten von uns den Schweiß auf die Stirn. Kein Wunder, denn wir haben es hier mit einer klassischen Stressfrage zu tun. Der Personaler hat hier nicht die Erwartungshaltung, eine richtige oder falsche Antwort zu hören. Denn die gibt es nicht. Ihm geht es vielmehr darum, herauszufinden, ob Du zur Selbstreflexion fähig bist. Also, ob Du Deine Defizite erkennst und wie Du damit umgehst. Akzeptierst Du einfach die Tatsache, dass Du in etwas schlecht bist? Oder arbeitest Du daran, besser zu werden? Die Antwort auf die Frage nach den Schwächen sollte wie folgt aufgebaut sein. Zunächst mal nennst Du natürlich Dein Defizit. Im Anschluss zeigst Du, wie Du mit der Situation umgehst und was Du dagegen tust. Drei konkrete Formulierungen, wie sich das in der Praxis anhören kann, wären folgende. Formulierung Nummer 1. Ich habe Probleme damit, vor größerem Publikum zu sprechen. Ich fühle mich dann immer ein bisschen unwohl und nervös. Aber ich tue schon einiges dagegen, um das in den Griff zu bekommen. Erst letztlich habe ich mich bei einem Rednerkurs angemeldet. Formulierung Nummer 2. Es fällt mir schwer, meine Meinung in größerer Runde zu vertreten. Insbesondere dann, wenn ich andere Leute davon überzeugen muss. Meistens suche ich mir dann im Vorfeld Kollegen unter vier Augen, die ich von meiner Meinung überzeugen kann und die mir später in größerer Runde den Rücken stärken werden. Und Formulierung Nummer 3. Ich kann wunderbar im Team arbeiten. Wenn es allerdings darum geht, kreativ zu werden, dann ziehe ich mich auch gerne mal alleine zurück. Das Ergebnis präsentiere ich natürlich dann wieder mit den Kollegen und kritikfähig bin ich natürlich auch. Nun sind wir am Ende des Videos. Auf die Frage nach den Stärken und Schwächen in zukünftigen Vorstellungsgesprächen bin ich guter Dinge, dass du selbstbewusst und überzeugt antworten kannst. Wenn dir die Tipps geholfen haben, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen zum Thema hast, dann schreib mir das unten in die Kommentare und ich versuche dich dabei zu unterstützen. Sofern du meinen Channel KarriereGoGo noch nicht abonniert hast, dann mach das doch am besten gleich. Und aktiviere die Benachrichtigungen, dann wirst du in Zukunft kein Video mehr verpassen. Ich produziere wöchentlich neue Videos zu Themen rund um die Schule, Ausbildung, Studium und darüber, wie du deinen Traumjob landest. Also, bleib ambitioniert und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.